... fossilen Brennstoffe im Bodenverhalten. Wir sind solidarisch mit allen Menschen. Ich bin Christian Seenling, die Rechtsführer der Deutschen Bank. Seit gestern wird der Hambacher Forst die Besetzung dort gereucht. So eine Aktion kann jeder machen. Bankfilialen gibt es überall, auch in kleineren Städten. Man braucht nur ungefähr 10 Leute oder so. Besprecht euch gut und macht's einfach.